Als Kind wollte ich Ärztin werden. Ich wollte etwas Gutes tun für andere. Eine Heldin sein und die Bösen in ihre Schranken weisen. In unserer Welt läuft einiges schief. Uns allen entgeht durch Steuerbetrug jährlich eine Milliardensumme. Ohne Steuern gäbe es keine Schulen, keine Spielplätze, keine Ordnung. Aber man kann nicht einfach nur an das Gute glauben. Man muss auch selbst etwas dafür tun. Meine Arbeit ist nicht immer einfach. Oft ist es die Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Aber die Anstrengungen. lohnt sich am Ende immer. Vielleicht bin ich keine Heldin im roten Umhang. Aber ich mache die Welt ein bisschen besser. Steuerfahndung. Die Party ist vorbei. Aua! Die Welt braucht uns. Ohne uns läuft nichts.